wieder erscheint hier also meine sachen meine sachen mein schwert alles her damit los so das nimmer und das brauchen wir oh gott oh gott oh gott oh gott oh gott meine sachen ich hab da voll nicht aufgepasst jetzt auch mit dir jetzt auch mit dir schnell 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 ja 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 also mein schwert mein schwert wo ist mein schwert wo ist mein schwert zacka hoch mit dir hoch mit dir schnell 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 da ist noch was arbeitsflott 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 meine sachen meine sachen auf keinen fall da uns aber was war ja runter los schnell da ist mein schwert mein schwert ja ist das hier gleich mal kannst du kannst kurz abchecken erstmal ganz kurz abchecken schnell hoch 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 schnell 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 habe ich alles wichtige habe ich alles wichtige oh gott oh gott ich glaube schon oh gott das gibt es doch gar nicht hier fett essen man dich einfach mal so ertrunken das gibt es doch gar nicht ist irgendwo noch was oder habe ich jetzt hier alles ich glaube es war es alles ne ich hoffe es doch schnell hoch schnell hoch schnell hoch viel spitzhack habe ich eine nur ne da fehlt nur eine ein angefangen der fehlt noch so wo ist die oh hier ist noch was siehst du oh schnell hoch schnell hoch schnell hoch schnell hoch oh da ist sie ich hab sie ich hab sie ich hab sie ja so ja hier soll ich auf jeden fall noch mal licht hin machen ne ich weiß was das da ist schnell hoch schnell hoch komm 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 so haben wir alles dabei wir haben das wir haben die hose wir haben den helden wir haben das eisen die kohle glas glas scheiben ja eigentlich schon oder das habe ich abgelegt gehabt achse ist dabei spitzhacken das ja eigentlich war alles dabei du so guck mal her den setzt aber schnell so so fackeln so schnell nach da und so oh gott oh gott oh gott oh gott das gibt es da rein das war jetzt aber knapp du noch mal so ein theater so ein theater so ein blödsinn gibt es nicht noch mal und da ist noch was siehst du jetzt auch hier hoch 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 also komm 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 aber wieder ein blödsinn so einmal gestorben ne so komm bevor ich jetzt schluss mache hier gucken wir nochmal ob da draußen irgendwas liegt hier so ähm oh spinne guck mal mit der axt kaputt soll's so du bist er guck mal her ja nein du stopp danke oh 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 ja das ist nicht gut da müssen wir auf schlüssel schlüssel oh nein vergiss es vergiss es irgendwo ein platz irgendwo ein platz wo ich alle meine sachen wiederkriege und zwar sofort oh oh schlüssel schlüssel lauf 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 ja da hab ich ruhig hierher du pass mal auf du weil ich gleich wieder hier vital unterwegs bin du dann geht's ab ey da kriegst du pass mal auf du das ich mach mal fertig du ja 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 pass mal auf du gleich komme ich dir da rüber gleich komme ich dir da rüber du schmacken und da bist du dran du pass mal auf du naja ja komm ruhig na ja pass mal auf du weil ich gleich geheilt bin ja gleich komme ich gleich bin ich unterwegs so dämlich bist du so so sehr schön wunderbar ist jetzt die kuh erwischt oder was ach komm ich erlöse dich mal komm mal her so haben wir sehr schön hey oh jetzt ist doch noch zwei fall verlassen schön cool oh so und da ist das nicht schön ja ne denk ich mal aber wunderbar oh da ist die höhle du sagst was ich immer höre da ist das ist das ja fast gedacht dass da eine höhle ist jetzt haben wir es genau gehört irgendwie mal fluten oder so ne eigentlich schon komm mal rein hier was essen hier du ja mechal ja mechal der mhm auch geil okkuhl der klasse eigentlich habe ich jetzt alles gehabt ne ja doch so So, ab rein. Reicht. Ja, siehste. Und noch ein neues. So. Töne damit, genau. So, jetzt kommt unser Schweine hier. Unser Schweine. Ne, was ist das hier? Genau, das hier. Wunder Braten. Was will ich denn? Was will ich denn hier reinmachen? Nein, Mist da. So, Redstone. Hier irgendwo loser Redstone. Ja. Das da rein. Das machen wir auch erstmal da rein. Das brauche ich jetzt erstmal nicht. So, das nehme ich soweit. Na, Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. Können wir auch reinmachen. So, das erstmal nach da. Kommt nach da. Und das nach da. Das nach da. Das nach da. Können wir auch reinmachen. Das auch. So, und das Glas. Lassen wir mal auch einfach erstmal hier rein. So, noch was. Siehst du? Haben wir noch, ja. Langs, aber sicher haben wir ein paar. Doch. Chris war da. Also kommt Chris da rein. Dim, 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 dim. Passt noch, ne. Ist der. Komm mal hier. War da irgendwo was. Hab ich irgendwas gesehen. War hier nicht noch was. Ach da. Ne, das ist noch was. Ne, das ist doch. Wisst ihr. So. Äh. Aber auch nicht beim nächsten Mal. Vorsicht, wir holen jetzt doch die Bäume hier weg. Und machen schon mal den Platz hier. Dann können wir beim nächsten Mal nämlich dann hier, äh, ja, anfangen das langsam so, den Zaun aufzubauen. Gut. Die Mammutbäume, die werde ich jetzt nicht weg machen. So. Ich schloss jetzt das dran. Die werde ich jetzt noch stehen lassen. Jetzt pass mal auf, das ist ein Mamm, ne. Das ist noch mal, oder? Jetzt ist es normal, ne. Da kommst du weg. So, zack, zack, sehr schön. Du warst ein Mammut, ne, oder? Ah, du warst ein Mammutbäume, glaub ich. Hoffe ich. Sonst müssen wir uns jetzt weg machen. So, komm mal her. Sehr schön, du auch. Hopp und hopp und. Oh, das ist ein Appel, schön. So, auch gleich hier. So, wo haben wir noch einen? Oh. Das gibt, das gibt auf jeden Fall nur. Ach, das alles wegzukriegen hier. Zack, ich damit. Hammer auch, super. Jetzt das nächste. Das sind alles hier Mammutbäume, ne. Damit ich mich eigentlich nicht so viel jetzt aufhalzen. Aber lieber ein kleiner, ne. Ja, komm, die kleine Arme mal weg. Zack, und zack. So. Ja. Ja. Ja, oh, ich weiß. Der kann hier eigentlich bleiben, dann. Ne, weil ich werde wahrscheinlich eh nur so bis hier hingehen oder so. Das reicht dann ja auch, im Grunde. Eigentlich voll und ganz ausreichend. Zack, ein bisschen nachhelfen hier mal. Ach, komm schon. Bleib schon hin jetzt. Danke, sagt's dann. Aber auch immer mit dem Pilzchen, bevor die Achsen der Silverschwenken. Das lohnt sich überhaupt gar nicht. Bisschen Pflanzen? Ne. Noch irgendwo einer? Da ist noch was. Kommt ja noch ein bisschen nach hier. Vielleicht kommt ja da was du. So, das dann mal. Das dann mal. Ja, ganz zufrieden bin ich mit dieser Aufnahme jetzt aber nicht gewesen. Das merke ich selber auch gerade. Aber naja, gut, mal gucken. Dann morgen noch mal Ruhe anschauen, wie es geworden ist. So, pass mal so. So, so. So. Bleib. Irgendwas verhängen, hast du irgendwas getroppt? Oder war's das? Hä? Nichts mehr, ne? Gut. Hier. Komm nicht damit. So, okay. Okay, also. Nächst mal die Mambutbäume weg. Ach, hier ist noch was, siehst du? Nächst mal die Mambutbäume weg, und dann ist noch da. So, wunderbar, wunderbar. Ne, schon da wäre was. Gut. Ja. Oh. Ne? Haben wir daraus gelernt? Nö, komm, wir haben nicht daraus gelernt, auf keinen Fall. Wir wissen doch, wo es liegt dann. Nö, ist doch egal. Wir wissen doch, wo es liegt. Also, was soll's? Na, komm her. Oh, das brauchst du nicht abhauen. Kannst du jetzt vielleicht auch mal herkommen? Oh, hoch, hoch, hoch. Gucken wir, ob ich das in der Kabe. Ach, hoch. Hoch mit dir. Lass mal gucken. Äh, schnell an den Rand. Schnell an den Rand. Auf, los. Los. Habe ich? Ja, wieder drei Stück. Super. Wunderbar, Junge. Das hat immer mehr. Geil. Vielleicht doch so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen mit den Kürbissen, ne? Ganz so viele Wäuchten soll ja gar nicht sein, ne? Ja, okay. Ich vertreibe hier auch schon ein bisschen immer. So, pass mal auf. Der ist ja mit. So, gestorben, ne? Was läuft? Obwohl nichts passiert. Alles ist ja gut. So, was packt man weg? Vor allem ich die Hintensäcke. Da. Sieben haben wir zehn. Wunderbar. So, auch wieder 21. Oh, so viel. Pilze. Haben wir hier auch irgendwo schon Pilze? Ja, das ist ja, echt. So. Ja. Oh, jetzt müssen wir uns zuerst gleich kaputt machen. Nö, die nehmen wir mit. So. Dann haben wir es ja auch fast geschafft. Dann machen wir auch gleich Schluss für heute. So, haben wir hier irgendwas drin in den Ofen? Ach, da ist noch was. Siehst du? So, ich will alles Erfahrungspunkte jetzt, ne? Ah, Junge. 25 Fleisch. Das gibt es ja gar nicht. Na gut, okay. Ich lege mich jetzt pennen. Danke mich fürs Zuschauen. Tja, und sag. Tschüss, bis zum nächsten Mal, ne? Euer Daniel, gut. Ciao, ciao. Warte mal, kann ich auch schon schlafen? Ist das schon? Na doch, jetzt geht's. Okay. Dann, gute Nacht und macht's gut. Ciao, ciao. Uah.